Guten Abend, liebe Bürger, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Wir reden über die Gründerkultur. Das ist wirklich ein wichtiges, ein gutes Thema, wie wir finden. Denn wir haben ja den Gründergeist. Wir haben ja 2013 sogar eine neue Partei gegründet, weil es die Alten nicht mehr auf die Reihe bekommen haben. Und wir sehen ja heute, das belebt den Markt, den politischen Markt in dem Fall. Also es ist wirklich eine gute Sache. Und so funktioniert es natürlich auch in der Wirtschaft. Ein starker Gründergeist bedeutet eben Aufbruch, Ärmel hochkrempeln, Ideen in die Tat umsetzen. Und das führt letztendlich zu mehr Wohlstand für alle. Und diese Stimmung müssen wir tatsächlich in diesem Land wieder neu erzeugen. Aber das können wir von Merkels Mini-Koalition wohl nicht erwarten. Denn die schleppt sich im Moment ja wirklich nur noch müde von Krise zu Krise. Wir müssen über viele Dinge reden. Demografieproblem beispielsweise. Wir haben viel zu wenige junge Leute. Dass unser Bildungsproblem aus unserem maladen Bildungssystem kommen, um es verlob zu sagen, viel zu viele Taxifahrer und viel zu wenig Spitzenwissenschaftler. Damit habe ich natürlich nichts gegen die Taxifahrer an sich gesagt. Das ist doch klar. Und die paar Spitzenwissenschaftler, die wir haben, die gehen dann auch noch ins Ausland, weil sie dort bessere Bedingungen zum Forschen vorfinden. Die Idee des Antrags ist absolut richtig, wenngleich der Ausgangsgedanke offensichtlich ein anderer war. Ich habe mich etwas gewundert, als ich es zuerst gelesen habe. Ich denke, was Finanzplatz Frankfurt, was mag es bedeuten. Aber es ist mir dann relativ schnell eingeschossen. Wir haben in einer Woche Wahlen in Hessen. Ist doch klar, dass da noch schnell was zusammengeklöppelt werden musste. Aber wir haben hier ein Sammelsurium, das uns nicht wirklich weiterbringt. Es ist ein reiner Schaufensterantrag vor der kommenden Wahl, um die eigene Klientel noch mal zu bedienen. Ist ja auch legitim. Ist ja alles legitim. Aber ich finde, wenn Sie den Ball schon spielen, dann sollten Sie ihn auch gut spielen. Und das ist leider nicht der Fall. Sie bringen da teils Banalitäten zu Papier. Und es bleibt viel zu viel auf halbem Wege stecken. Wir stimmen Ihnen ja in vielen Dingen zu. Das ist klar. Es ist wichtig, dass wir natürlich junge Leute in der Schule, im Studium schon für die Wirtschaft interessieren. Und dass sie vielleicht den Weg zur eigenen Firma finden. Eine steuerliche Förderung von Forschung und Entwicklung ist richtig. Dazu haben wir ja selbst vor kurzem meinen Antrag eingebracht. Auch der Zugang zu Wagniskapital ist natürlich von Bedeutung. Aber es ist nicht das entscheidende Problem. Das Kernproblem ist vielmehr geeignetes Personal. Das zeigen Studien. Das sind die bürokratischen Hürden. Und das ist die mangelhafte Verknüpfung von Bildungs- und Forschungseinrichtungen mit jungen Unternehmen. Wir brauchen echt gut gemachte Gründerzentren, die endlich dafür sorgen, dass Innovationen auch in Deutschland in wirtschaftlichen Erfolg umgemünzt werden. Diese Gründerzentren sind bei uns leider nicht so erfolgreich, wie sie sein könnten. Unter anderem wegen des Bürokratieproblems. Es sind zig administrative Hürden zu nehmen in Landratsämtern, Gemeinden, Stadtverwaltungen. Anträge müssen ausgefüllt werden. Auf der anderen Seite ist der Universitätsbetrieb so behäbig, dass man strukturell das Ganze kaum zusammenbekommt mit jungen, agilen Start-up-Unternehmen. Schauen wir mal im Vergleich nach England. Mit dem Cambridge Cluster haben wir ein Beispiel dafür, was möglich ist, wenn es einem ernst ist mit der Förderung von Innovationen und Unternehmertum. Anfang der 80er Jahre gab es in dem Gebiet ungefähr 40 kleine Firmen im Hochtechnologiebereich. 40. Heute arbeiten dort 60.000 Menschen in über 4.300 Hightech-Firmen. Das ist das sogenannte Phänomen Cambridge. Und das, was in Großbritannien funktioniert, muss ja wohl auch im Hochtechnologieland Deutschland möglich sein. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage von dem Kollegen Müller-Großenbrett auf der FDP? Sehr geehrter Herr Kollege, ich kenne ganz konkrete Fälle, wo Spitzenwissenschaftler ihren Job hier in Dresden zum Beispiel nicht angetreten haben, weil die Frauen nicht mitgekommen wollten, weil sie eine andere Hautfarbe hatten und sich unwohl fühlten. Sie fühlten sich deshalb unwohl, weil sie sich irgendwie hier nicht willkommen fühlten im Land. Kann es sein, dass es an Ihrer Partei liegt, an Ihrer ausgerissenen Politik, dass Spitzenwissenschaftler nicht zu uns kommen? Das ist ja wohl eine wirklich sehr, sehr armselige Suggestivfrage, die Sie hier stellen. Und es ist natürlich ein hanebüchener Unsinn. Es gibt, und damit können wir an dieser Stelle wirklich mal aufräumen in der AfD, keinen Rassismus. Das ist ja wohl eindeutig. Wir kritisieren, wir kritisieren, es ist ja schön, dass Sie es noch mal ansprechen, wir kritisieren Missstände in diesem Land, Missstände, die diese Regierung zu verantworten hat. Und das hat nichts mit Hautfarben zu tun. Das hat was mit illegaler Migration zu tun, die hier stattfindet. Da geht es überhaupt nicht um die Hautfarbe. So, ich wäre eigentlich ganz gerne beim Thema geblieben. Wir wollten über das Cambridge-Phänomen reden. Wie haben die Briten das hinbekommen? Das ist nämlich wirklich interessant. Ein Baustein sind diese Gründerzentren, die eng mit den dortigen Spitzenforschern zusammenarbeiten. Aber ebenso wichtig war die Schaffung eines wirtschaftsfreundlichen Umfelds. Staatliche Regulierungen wurden zurückgefahren, Genehmigungsverfahren bei Unternehmensgründungen vereinfacht, arbeitsrechtliche Hürden wurden beseitigt, die Steuern gesenkt. Wurde ja auch schon angesprochen, ein wirklich wichtiges Thema. Kurz, es wurde alles dafür getan, dass junge Unternehmen atmen und arbeiten können. Und genau in diese Richtung müssen wir die Weichen stellen. Lassen Sie uns also dafür sorgen, dass Bürgerunternehmen endlich steuerlich entlastet werden. Stichwort Soli abschaffen. Es ist wirklich allerhöchste Zeit dafür. Lasst uns Bürokratie endlich wirklich abbauen, das Bildungswesen wieder flott machen und die Forschung fördern. Wenn die Rahmenbedingungen stimmen, dann kommt der Gründergeist wie von selbst aus der Flasche. In diesem Sinne freue ich mich auf produktive Diskussionen in den Ausschüssen. Dankeschön. Jetzt Kanal abonnieren und nicht vergessen Benachrichtigungen aktivieren.